Kein Kontakt zu Ryder. Ja, genau so sieht's aus. Und was den Kontakt zu Ryder betrifft? Hast du schon mal einen von denen hier gesehen? Ist das ein Holobot? Ganz genau. Wo immer er steckt, der hier findet ihn. Ryder, wir konnten Lukas wieder zurückholen. Aber Victor hat etwas sehr Merkwürdiges vor. Wir gehen jetzt in die Droktomine und werden uns umsehen. Alright. Und jetzt? Auf in die Mine! Ich war schon ewig nicht mehr hier unten. Mal sehen, was Victor alles gemacht hat. Spinne! Oh shit. Was? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ja, ja. Gehen wir. Ja. Ja, prima. Sicher. Hallo? Oh-hoho-ho-hoch. Oh shit. Oh-ho-hoch. Nooo. Oh mein Gott, oh mein Gott! 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 Oh mein Gott!